Letzter Kanister. Was fängt auf zu? Fangen wir nach der nächsten Ausfahrt. Glockenzeichen Leo, das wirst du nicht glauben. Schau, wo sie gerade... Zählen! Scheiße. Wo ist denn da hin? Konnte ich nicht sehen. Was hat denn alles mitgenommen? Philipp, lass uns weiter fahren. Wir hatten uns Sachen für mindestens eine Woche geklaut. Warum war das Auto überhaupt auf? Du hast doch den Schlüssel. Könnt ihr nicht auch mal mitdenken? Nähen jetzt! Kjisch! Du bist das! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Okay. Komm schon. Fahre. Fahre. Wo ist Leonie? Jetzt fahre einfach los. Ich habe draußen Vogel gesehen. Der flog in den Kirchheim wie wir. Siehst du? Das ist ein Zeichen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist? Die Vögel wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter, fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie? Fahr los! Ich habe Rauch gesehen, ungefähr drei Kilometer in diese Richtung. Ich tu dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Geh weg. Die Sonne wird dich verbrennen.